Unsere Innovationen waren Wegbereiter für viele Freizeitfahrzeuge. Schritt für Schritt haben wir so eine ganze Branche geprägt, immer mit dem Ziel, Design und Funktion zu vereinen. Heute ist es Zeit für den nächsten Schritt. Bis zum nächsten Mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf der CMT, die zweite große Leitmesse für das Frühjahr 2013. Wir stellen hier in einer Weltpremiere unseren neuen Eurostar bei KNAUS vor. Der neue Eurostar ist geprägt von höchstem Designanspruch und natürlich ausgesprochen umfangreichen Funktionalitäten. Was heißt das? Wir wollen in diesem Premium-Segment auch gerade dort unseren Kunden das Camperleben leichter machen. Ein Beispiel für höchste Funktionalität gepaart mit Design ist das dreidimensionale Buchteil. Hier sehen Sie erstmalig den größten Flaschenkasten, den die Branche zu bieten hat. Mit einer Ladehöhe von über 68 cm und einer Ladetiefe von fast 90 cm haben wir hier einmaligste, größte und beste Funktionen hier im Buchteil. Wichtig, wir haben hier höchsten automobilen Anspruch, was das Thema Isolation und dreidimensionale Vorformbarkeit betrifft. Meine Damen und Herren, bewegen wir uns nun vom Buchteil zur Seitenwand. Ebenfalls eine Weltpremiere, ein komplett neues Design zur dreidimensionalen Darstellung von Caravan- und reisemobilen Seitenwänden. Erstmalig hier präsentiert beim Knaus Eurostar. Das Verfahren ermöglicht, wie bereits erwähnt, eine 3D-Darstellung von Seitenwänden in einer tiefen Wirkung wie noch nie gesehen. Sie sehen, gerade im Premium-Segment wollen wir auch neue Kunden ansprechen, die eben automobiles Design und automotive Prägung gewöhnt sind und das auch im Caravaning nicht vermissen wollen. Wir haben hier erstmalig dargestellt dies bei dem Eurostar und werden das in Zukunft bei weiteren Modellen ausweiten. Kommen wir nun zum Heck des neuen Knaus Eurostar. Auch hier ist höchster Designanspruch geprägt von höchsten Funktionalitäten. Fangen wir an bei dem neuen Knaus Heckleuchten. Es handelt sich hierbei um Hybrid-Heckleuchten, die mit automobiler Struktur sehr prägnant das Heck prägen. Hybrid heißt, LED-Elemente bestrahlen hier glimmende Elemente, sodass auch das Nacht-Design bereits von Ferne zeigt, dass es sich hier um einen Knaus Premium Caravan handelt. Weiterhin sind natürlich die üblichen Fahrsicherheitselemente wie Blinker, Bremslicht etc. in Glühbirnenausstattung dargestellt. Darüber hinaus, ganz wichtig, wir haben hier bei Knaus beim Eurostar einen richtigen Kofferraum integriert. Kofferraum mit Funktionalitäten. Alle Versorgungseinheiten wie Frischwasserzufuhr und 230 Volt Stromzufuhr sind hier integriert. Das heißt, Seitenwände werden beruhigt und es gibt nur noch glatte, optimale Seitenwandstrukturen. Ebenso wichtig wie höchste Designanspruch und Funktionalitäten im Exterieur ist natürlich der Innenbereich des Caravans. Hier lebt der Kunde, hier schläft der Kunde, hier kocht der Kunde. Wir bieten dem Kunden beste Sitzqualität, ja manchmal besser wie zu Hause. Lendenwirbelunterstützung durch integrierte Kissenelemente, hochwertigste Soundanlagen mit Subwoofer und Radio-DVDs. Darüber hinaus haben wir in unserem klassischen Dreiraumkonzept hochwertigste Küchenfunktionen. Das bedeutet, Auszüge wie zu Hause, Stauraum wie zu Hause, hochwertige Edelstahlspülen und Armaturen, Brenner, Gasbetrieben und natürlich Standards wie Abfalleimer und sonstiges Equipment sind in unseren Caravans heute Serie. Unsere Kunden schlafen acht bis neun Stunden im Urlaub. Ich glaube, das haben sie sich auch verdient. Dafür haben wir hochwertigste Schlafkonzepte mit Tellersystemen, Federkern und Kaltschaummatratzen zur Auswahl. Bäder mit Duschen und Toilettenräumen sind heute üblich in Caravans wie Reisemobilen. Das ist für manche Neueinsteiger und Kunden, die sich erstmal für unsere Urlaubsform interessieren, komplett neuartig und überraschend. Für uns ist das ganz normal. Ein besonderes Highlight in den Funktionalitäten des neuen Eurostar ist eine Darstellung eines Doppelbodenkonzeptes erstmalig in einem Caravan. Das heißt, der Schwerpunkt des Wagens bewegt sich nach unten dort, wo er hingehört. Wir haben dort Frischwassertanks integriert, die komplette Elektrik integriert, sodass alle Stauraume im Wagen frei für Urlaubsequipment sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir konnten Ihnen hier am Beispiel des Eurostars einen kurzen Ausblick geben über die vielfältigen Möglichkeiten des Caravanings und Campings. Wenn Sie Interesse gefunden haben an unserem neuen Flaggschiff bei KNAUS, dem neuen Eurostar, kommen Sie doch noch zur CMT. Wir sind noch bis kommenden Sonntag für Sie da. Viel Spaß, wenn Sie es noch schaffen zur CMT oder sonst auch. Viel Spaß bei unseren Händlern mit unseren tollen neuen Produkten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.